Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Android mal wieder und zwar geht es heute los mit der RecyclerView. Die RecyclerView ist ein ziemlich cooles Ding und ziemlich stark. Der Nachfolger übrigens von der ListView, das heißt ihr habt dann am Ende so eine Liste, kommt wahrscheinlich auch jeden von euch bekannt vor, wenn ihr sie nachher seht, eine Liste durch die man durchscrollen kann und zum Beispiel eure Kontakte drin stehen oder sowas. Also habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Früher hat man die ListView verwendet, heutzutage wie gesagt die RecyclerView, weil die ListView keine Ahnung deprecated ist, warum auch immer, weiß man nicht so ganz, fragt Google nicht mich. Ja, wir brauchen allerdings hierfür noch ein paar zusätzliche Dinge und dazu möchte ich als erstes mal bitten, dieses Build.Graddle, wo App dabei steht, machen wir auf und da sehen wir so ganz komisches Ding. Das ist das, was mitkompiliert wird. Das ist tatsächlich dieses Mal sehr, sehr wichtig und interessant, dass hier wirklich dasselbe steht und ihr könnt gerne mal durchgucken bei euch, was alles so unterschiedlich ist. Am besten macht ihr es genauso, wie ich das hier habe, dann läuft es höchstwahrscheinlich, zumindest sollte es dann laufen. Okay, gut und jetzt müssen wir hier unten noch ein bisschen was reinpacken und zwar brauchen wir als erstes mal Compile, also hier steht ja alles mit Compile und zwar brauchen wir com.imprinzip dasselbe wie hier oben, fast dasselbe zumindest, ich kopiere das Ganze mal, damit es schneller geht. So und jetzt natürlich nicht AppCompat, das haben wir ja schon, sondern Design. Das ist quasi eine Bibliothek, die mitkompiliert wird. So, Design hat aber kein Minus V7 hinten dran, das heißt hier steht einfach nur, wir kompilieren auch die Bibliothek Design und zwar mit der Version 23.4.0. Okay, das ist im Prinzip schon alles, was wir brauchen. Jetzt für später noch eine Sache und zwar wir wollen auch noch was anderes kompilieren, nämlich, oh ne, das machen wir anders, das tippen wir selber. Wir wollen die CardView benutzen, dazu habe ich eben auch eine Anfrage gekriegt, ist sehr, sehr stark verwandt mit der RecyclerView, ich schaue mal wie weit wir heute kommen, vielleicht reicht es ja noch. Also, com.android.support, ja, output, support, Doppelpunkt, CardView, minus V7, also die siebte Version der CardView sozusagen, und zwar wird die kompiliert aus der Bibliothek, 21.0.aufwärts, also plus. So, okay, und jetzt gehen wir hier oben auf SyncNow, bei mir wird es keine Probleme geben, bei euch kann es durchaus sein, dass da irgendwie so ein Feld sich hier unten auftut und es meint, dass irgendwas bei euch nicht installiert ist. Dann geht ihr einfach her und folgt der Installation, das ist alles kein Problem und danach könnt ihr einfach nochmal auf SyncNow gehen oder es wird automatisch gesynct und dann habt ihr schon alles, was ihr braucht. Okay, jetzt machen wir hier direkt weiter und zwar mit dem Design von unserer App brauchen wir natürlich ein bisschen was anderes und zwar, ich lösche tatsächlich mal einfach alles. Wir tippen jetzt auch übrigens hier, weil man die Sachen nicht einfach so reinziehen kann bei Drag & Drop, weil man halt, ja, sehr, sehr ausgefallene Sachen braucht, wenn man damit arbeitet. Okay, also wir nehmen Android.Support.V, äh, nee, nicht V, Design. Wir haben ja gerade Design kompiliert, also das Modul Design, das benutzen wir jetzt tatsächlich gerade. Widget.So, und jetzt Core-Ordinator-Layout hätte ich ganz gerne. Perfekt. So, und jetzt muss man hier natürlich noch zwei Sachen reinpacken, auf jeden Fall. Ihr seht, hier hinten dran steht Required dabei. Also Layout ist Required. Ähm, dann nehmen wir Match, Bodenstrich Parent. Und es ist auch noch Required. Die hätte ich ganz gerne eigentlich in der neuen Zeile. Dankeschön. Ähm, Layout. Mano. Okay, dann nicht. Dann machen wir das selber. Width. So, und hier nehmen wir auch Match Parent, denn wir wollen das ja so behalten. So, und jetzt noch ein kleiner Tweak sozusagen. Der hat bei mir einige Fehler behoben. Den kopiere ich euch einfach mal und füge ihn euch ein. Das Ding hier, wenn man das hinschreibt, das hat, wie gesagt, bei mir einfach ein paar Fehler behoben. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch funktioniert oder ob man das mittlerweile nicht mehr braucht. War nur so ein kleiner Tipp, den ich gefunden habe. Okay. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch erstmal das Ende von unserer Coordinator, von unserem Coordinator Layout. Das heißt, wir wollen das Ganze beenden. Ach, komm schon. Du weißt doch, was ich beenden möchte. Android, hallo. Naja, egal. Okay. So, und jetzt packen wir hier rein das, was wir tatsächlich sehen wollen. Wir wollen eine ListView haben. Die finden wir mit Android.Support. .v7.widget.recyclerView. Das ist die, die wir sozusagen haben wollen. Jetzt kopiere ich erstmal diese beiden hier, weil die sind auch wieder required. Also ohne die wirft eure App sofort einen Fehler aus. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Wir brauchen nämlich eine ID, ganz dringend. Android.id. Ist gleich. Und hier schreiben wir uns jetzt irgendeine ID rein. Ah, da fehlt es bloß. Wir nennen das Ganze einfach mal Liste. Und ja, dann wollen wir noch, weil wir ja später noch vielleicht mit Floating Buttons, also mit diesen kleinen Herz Buttons, die ihr ja teilweise findet, wenn man runterscrollt, bleiben die immer in der rechten unteren Ecke normalerweise hängen. Und da kann man dann draufklicken zum Liken oder sonst irgendwas, was ihr übrigens auch gerne bei dem Video tun dürft. Deswegen braucht man normalerweise Scrollbars dafür, weil sonst macht es ja nicht wirklich Sinn, irgendwas scrollendes zu haben. Sonst könnt ihr es auch einfach statisch unten rechts hin binden. Und ohne Scrollbars wäre es ein bisschen langweilig. Deswegen machen wir noch eine Scrollbar rein und zwar eine vertikale. Praktisch macht es als einziges Sinn. Okay, schließen wir das Ganze und fertig. So, jetzt haben wir die beiden eingebunden und haben auch hier keinen Fehler mehr, dadurch, dass wir mit dem Build Gradle die ganze Arbeit schon gemacht haben. Wunderbar. Ja, jetzt können wir uns direkt in die Main Activity begeben und dort einfach mal schauen, was wir hier so machen müssen. Okay, wir müssen also unsere Liste irgendwie mit Inhalt füttern. Und ja, was könnte man besseres machen, als eine Liste mit Inhalt füttern, die man erstmal sich holt. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal eine RecyclerView, die nennen wir einfach mal RecyclerView. Ist gleich. So, wir casten sie natürlich wieder mal, denn ihr kennt ja mittlerweile FindView bei ID, denn das liefert uns nichts Gecastetes. Okay, die Liste. Super. So, jetzt können wir damit arbeiten und jetzt sagen wir erstmal, wir würden ganz gerne diesem Ding ein Manager setzen, beziehungsweise ein Layout sozusagen geben. Denn unsere Elemente da drin müssen ja auch noch irgendwie aufgehübscht werden. Da kommt also ein Layout rein. Okay, also RecyclerView.layoutManager. So, jetzt wird es witzig, LayoutManager, weil wir die Klasse noch nicht geschrieben haben. New LinearLayoutManager über den GetApplicationContext. Das muss euch jetzt aktuell noch gar nichts sagen. Wir weißen oder wir erstellen sozusagen ein internes Layout für unsere RecyclerView. Und dazu brauchen wir halt diesen GetApplicationContext hier, damit wir auch ein bisschen damit arbeiten können. So, und jetzt sagen wir unsere RecyclerView, also die hier oben, das ist ja gar nicht auf unsere RecyclerView bezogen. Das kann man einfach irgendwo hinschreiben. Das ist einfach eine Klasse, die wir erstellen. So, und jetzt sagen wir unsere RecyclerView, bekommt ein LayoutManager. Ups, SetKOutManager. Genau, SetLayoutManager, LayoutManager. So, und jetzt brauchen wir noch, aber bevor wir den Adapter setzen, sagen wir noch, wir setzen ein Animator, ein ItemAnimator, SetItemAnimator. Dann nehmen wir einfach den Standard, den kann man auch ruhig erben. Also, wenn ihr von dieser Klasse erbt, dann könnt ihr damit auch sicher noch irgendwelchen sicken Scheißdreck machen. Aber so müssen wir erstmal gar nichts damit machen. Das könnt ihr euch dann anpassen. Aber wir sagen jetzt erstmal, wir wollen einen Adapter schreiben dazu. Und die Klasse nennen wir einfach mal Adapter. Die gibt es noch nicht. Okay, wir nennen sie mein Adapter, sonst denkt er, dass wir diese Klasse importieren wollen. Mein Adapter, äh, Adapter ist gleich, new, mein Adapter. Und wir wollen natürlich unsere Liste übergeben. Die Liste haben wir übrigens noch nicht mal gefetscht. Was machen wir also? Wir brauchen eine Liste als erstes Mal. Gut, das ist quasi die Liste an Elementen, die da drin rumhängt. Wir sagen jetzt hier einfach eine Private List aus Strings. Ihr könnt hier aber tatsächlich alles Mögliche machen. Ihr könnt euch hierfür eine eigene Klasse schreiben. Und, ähm, die hält euch dann zum Beispiel ein Bild, zwei Strings und eine Zahl oder sonst irgendwas. Alles, was ihr halt in ein einzelnes Item reinpacken wollt. Also, wenn ihr irgendwie Namen, Adresse, Alter oder sowas habt, dann braucht ihr mehr als nur einen String normalerweise, sondern eben mehrere. Und dann, ähm, erbt ihr hier eben von, oder, dann habt ihr hier eine eigene Klasse dafür, die euch das Ganze sozusagen als Container hält. Wir brauchen jetzt hier aber tatsächlich nur mal, na, List ist vielleicht nicht gut, äh, Liste. Wir brauchen hier tatsächlich nur ein einziges Wort oder ein String, eben, den wir da reinschreiben wollen. Und deswegen reicht uns das eigentlich aus. So. Okay. Jetzt haben wir unsere Liste. Die übergeben wir hier. Und jetzt haben wir sozusagen nur noch die Aufgabe, diesen Adapter zu schreiben. Dann sagen wir, okay, wir hätten gerne unsere Recycler View mit diesem Adapter versehen. Was der Adapter macht, zeige ich euch dann. Äh, Set Adapter. Wir haben ihn mein, ne, wir haben ihn Adapter genannt. Okay. Mein, äh, Adapter, genau. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt kommt hier nur noch in diese Liste hier oben das rein, was wir haben wollen. Und dazu habe ich euch ein bisschen was vorbereitet, was ihr sozusagen noch bei mir auf dem Channel sonst so findet, an, ja, eine kleine Auswahl. Irgendwas muss man ja haben. Okay. Äh, hier muss überall das E dran. Okay, super. Und das findet ihr alles hier unten. Sagen wir dann, jedes Mal, wenn sich irgendwas geändert hat, oder wir sagen dem Adapter sozusagen, es haben sich die Daten drin geändert, deswegen wirst du jetzt benachrichtigt und, ähm, kannst da mal was machen. So, und nächstes Mal schreiben wir uns dann diesen Adapter. Für heute reicht's und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt eine grobe Ahnung davon, was man jetzt hier machen kann und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.